Hallo meine lieben Zuschauer, ich gehe heute zu meinem ersten YouTube-Treffen und da bin ich mal gespannt, was da für Leute sind, was es für Ideen ausgetauscht wird, oder überhaupt, was es so zu erzählen gibt. Ja, wir werden sehen. Bis dann! Musik Jagen, Ruhr, Wahnsinn. Besser kann das erste Treffen nicht losgehen, oder? Wunderbar! Das ist YouTube Franken. Die kleine Version, glaube ich, ist so geil. Da kannst du Lieder mit aufnehmen, dann kannst du alles mit uns. Die Soundqualität ist echt geil. Was soll das gekostet? Spreng doch mal alle! Ich habe mir schon gedacht, weil die Kamera von dir ist, dass die Sound los ist. Ich dachte, gleich wäre das eine. Eine Drohne! Drohne und eine Prusilla. Alles interessiert. Eine Legria, zwei Legrias, drei Legrias. Demnächst Legia-Treffen. So, ich bin wieder zurück vom Mewtwo-Treffen. Franken war mein erstes Mal. War echt sehr schön. War sehr gut. Viele nette Leute kennengelernt. Einige Ideen mit aufgenommen. Einige Ideen besprochen. Und ja, nur der Anfang war richtig kacke. Voll ins Regen gefallen. Es kam richtig runter, gestürmt. Wir waren alle pitch nass und mussten uns erst mal unterstellen, bevor wir uns überhaupt richtig kennenlernen konnten. Aber danach war es dann ganz nett. War eine gemütliche Runde. Und bin gespannt auf die nächsten Treffen, wie das weitergeht. Und ja, freue mich drauf. Schöne Sache sowas. Danke! Jeg weiß nicht, wie das waszuschwarr gekommen sind auf dich. Und ich bin so ein不多. Untertitelung des ZDF, 2020